Ich glaube, dass wir uns tatsächlich mit der Gefahr auseinandersetzen müssen, dass es wieder eine große Zahl von Flüchtlingen aus Afghanistan gibt. Deswegen bin ich dafür, dass die Europäische Union, aber auch andere Interessierte und die Vereinten Nationen mit den Nationen der Regionen, dazu zähle ich im Übrigen auch die Türkei, darüber sprechen, wie wir dieses Thema in den Griff bekriegen können unter Führung der Vereinten Nationen. Da müssen ausreichend Mittel bereitstehen, um gegebenenfalls Flüchtlingsaufträge zu organisieren. Ich glaube, wir müssen jetzt den diplomatischen Druck auf die Taliban, insbesondere im Blick auf den Friedensprozess in Doha und im Blick auf die Wirtschaftshilfen des Westens massiv erhöhen. Denn die Taliban müssen wissen, wenn sie Grund- und Menschenrechte systematisch verletzen, dann werden sie nicht mit wirtschaftlicher Hilfe des Westens rechnen können beim Wiederaufbau des Landes.